Musik 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 So übernötig, dass jeder Mann alle Sachen im Monat Ich hab's doch vorne nicht geschafft, du wasch! Freil mir nicht so ins Verzappt, du wasch! Yo, Leute, was geht's zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt, auf jeden Fall sind wir jetzt... Wie oft sage ich eigentlich auf jeden Fall, das habe ich im letzten Video auch gesagt, man. Halt die Fresse! Wir sind... Schneid dich an, Mann! Das nervt so, ne? Vielleicht nicht, wenn man so nerven kann. Wir sind im Auto wieder, wie immer, wie in jedem Vlog. Und wohin fahren wir? Keine Ahnung. Wir fahren nicht da! Wie in jedem Vlog! Yeah! Yeah! 24-7! Let's go! Ey, Leute, ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie voll ich bin. Wollt ich leer machen? Ja, mach. Leer. Du stellst da hin und tust, als ob es leer wäre und keiner von uns Hunger hat. Als ob ihr Hunger habt. Ey, ich hab so Hunger, dass du es nicht vorstellst. Sag doch was, Alter! Erstmal Dankeschön, Henry, dass du so gut gefilmt hast und die Audio einfach nicht aufgenommen hast. Er ist echt wirklich korrekt von dir. Kannst dir nicht vorstellen, wie chillig es ist. Ich wollte einfach euch nur zeigen, wie ich meinen geilen Dance-Move jetzt vorstellen und präsentieren kann. Aber er hat es ja verkackt, also seht ihr selbst, wie es jetzt gelaufen ist. Das! Gebes! Oh, man! Du träg, Alter! Sweet Fight! Sweet Fight! Kann ich? 57 56 55 3 2 1 Go! Ooooooooh! Ooooooooh! Oh, shit! Oh, shit! Nooooon! Ooooooh! Oooooooh! Ooooooh! 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 Hallo! Auf jeden Fall sind wir jetzt aus irgendeinem Grund beim Hauptbahnhof, weil wir was machen? Weil wir machen Bilder. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier ein paar Bilder machen... Das sieht man ja hier... und natürlich auch für mich dann irgendwann mal von einer skala von 1 bis 10 wie kalt mir ist es unbeschreiblich wirklich die zahl gibt es nicht ist so übertrieben es ist jetzt es ist jetzt 21 40 ja mann 21 41 20 14 es ist jetzt schon ultra kalt aber winter ist eher am schwierigsten wir suchen uns jetzt mal so ein paar spots gehen wir jetzt einfach mal ein paar spot suchen wir haben hier den nächsten das sieht so ein bisschen verlassen aus aber es sieht ultra geil aus wirklich ich dachte mir so ja jetzt kannst du mal ein paar tricks rausreißen weil professioneller rollerfahrer kreis machen aber ich bescheid ja ich suche mir was anderes also für die leute die sich wissen ich falls professionell penny board macht das schön jetzt schon seit ein paar jahren seit ungefähr 20 oder so ich bin auch schon echt erfolgreich was professioneller sowas kriegt niemand zu sehen dass dafür werde ich einfach nur bezahlt und das ist halt gerade echt voll für euch gewesen also alles umsonst kein ding nächstes mal mache ich es noch mal vielleicht mal gucken professioneller mattenleger hast du spaß so wieder du bist so ein bastard ne darf ihr alle ein dislekt da lassen so leute der ablauf vorhin war echt ein bisschen stressig und zwar bin ich jetzt wieder zu hause es ist auch schon der nächste morgen gleich fahr ich auch noch zum fern treffen also wirklich geil die leute die schon da waren und das heute sehen das video danke dass ihr da wart war auf jeden fall ordentlich chillig ich wollte noch dazu sagen ist mir sind so viele clips einfach rausgeschmissen worden also nicht rausgeschmissen aber diesen hat einfach verloren gegangen weil einfach audio nicht aufgenommen hat das habt ihr ja in einem beispiel clip gesehen und ich habe da wirklich so ein hals bekommen wie gesagt das ist jetzt das ende vom blog ich hoffe euch hat dieser kleine blog gefallen war ein bisschen so hinterher gemischt aber ich hoffe trotzdem euch hat das so ein bisschen gefallen und so hat auf jeden fall richtig bock gemacht der tag dann wir sehen uns morgen wenn das fan treffen video online ist